Ja, weil du den kleinen Malturian heldenhaft aus der Bärenfalle befreit und versorgt hast. Nachdem du ihn dann friedlich schlafend auf dem Arm zu seiner Mom getragen hattest und er in dieser Nacht zum ersten Mal durchschlief, war sie dir so dankbar, dass du sie dann nie wieder loslöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.